Ja, damit ist klar, dass die Österreicher heute ein Ding auf die Badehose bekommen haben. Heute, heute kauen sie auf Sand und wieder geht einer davon. Komm runter, Junge! Das geht doch gar nicht! Das geht doch gar nicht! Johann Raymond Evansen, ist denn der mit dieser Schanze verlobt oder was? 223,5 Meter. Ey, das gibt's doch gar nicht. Das sind zwei Meter unter dem Schatzenrekord. Da haben wir doch gesagt, der zweite Durchgang muss doch hinter dem ersten zurückbleiben. Und dann sattelt der noch drauf um satte 12 Meter. 211,5. Wird hier ein neuer Fliegerstern geboren oder ist er schon geboren worden? Evansen, Johann Raymond Evansen aus Norwegen. Das hältst du ja im Kopf nicht aus. Der Kopf...